Hallo und herzlich willkommen zurück. Da habe ich's neue Augen. Wir sind gerade dabei, Liebesboote zu spielen. Schauen wir mal, wie weit... Oh, ja. Birgit hatte ihre Arbeit offenbar niedergelegt, aber das Banner mit dem Puma-Motiv hatte sie noch fertiggestellt. Schade, dass Lilly ihr nicht mehr für die gelungene Arbeit gratulieren konnte. Oh. Blöd. Nehmen wir mal mit. Ist doch schön mit den verängstigten Kindern. Mit den Kiki-Kindern. Das stört alle. Den Liebesbrief anscheinend. Oh, was hast du denn da, Tolles? Ist das etwas für mich? Lilly zögerte. Nicht etwa, weil sie Shai das Treffen mit Kapu nicht gönnte. Sie machte sich vielmehr Sorgen. Es konnte ja alles Mögliche in dem Umschlag sein. Eine Schlange. Ein Skorpion. Oder Milzbrandviren. Schließlich entschied sie sich, Shai den Brief doch zu geben. Aha. Hui. Der ist ja von Kapu. Ein Date? Wie aufregend. Ich muss mir unbedingt noch mehr Glitzerstaub auflegen. Es waren wohl doch keine Milzbrandviren in dem Brief gewesen. So ein Glück. Ja, wie schade. M. Ich meinte Glück. Dann hängen wir mal das neue Banner auf, was Birgit vorhin Abschied noch fertiggestellt hat. Ah, das nenne ich mal ein vortreffliches Motiv. Effektiv und kontrolliert. Ein Symbol der vollkommenen Selbstkontrolle. Wie die Leitung dieses Klosters. Das wird dem Doktor imponieren. Komm mit, Lilly. Birgit hat eine weitere Auszeichnung verdient. Ihr Fleiß und ihre Zuverlässigkeit sollen festlich belohnt werden. Lilly hätte vor Freude am liebsten einen Luftsprung gemacht. Ein Fest hatte es schon lange nicht mehr im Kloster gegeben. Oh, wie schön es dekoriert ist. Vor allem mit der Birgit. Als Lilly das Klassenzimmer betrat, hatte die Oberin bereits mit der Zeremonie begonnen. Es war ein schönes Fest. Seltsam war nur, dass Birgit nirgendwo zu sehen war. Und somit verleihe ich dir das goldene Pfadfinderabzeichen am Bande. Deine Fähigkeiten im Stick kicken und dein herausragendes Pflichtbewusstsein sind ein Vorbild für deine Mitschüler. Du, Birgit, bist das Paradebeispiel dafür, wie durch eine strenge, konsequente Führung Höchstleistungen zustande gebracht werden können. Ah, Lilly, nimm dir ein Beispiel an deiner Mitschülerin und räum hier auf. Wenn doch nur alle Kinder so pflichtbewusst wären wie Birgit. Ja, juckt die das nicht, dass die da hängt? Das Fest war nur kurz gewesen. Lilly hat es trotzdem gefallen. Dies war vielleicht der schönste Tag in ihrem Leben. Das freut mich für Lilly, aber da hängt was. Lilly fand, dass das Pfadfinderabzeichen viel zu ko... Sie steckt... Ja, nimmst du vorsichtig aber mal mit. Könnten wir da mal hochgehen und... Ach, ich finde, vielleicht kommen wir mit diesem Ritterschwert da. Die Knallfrösche. Das Schwert reichte zwar weder zu den Knallfröschen noch bis zum Seil. Dafür passte es aber perfekt in die Maschen des Zeigers. So perfekt, dass es darin stecken blieb. Was sollte Lilly nur tun? Etwa abwarten, bis der Gargoyle von alleine zu Boden fiel? So viel Zeit hatte sie gewiss nicht. Das dauert eine Stunde. Jetzt zeigen wir dir mal unser Pfadfinderabzeichen. Aber das ist doch, äh... Das ist doch, äh... Das goldene Pfadfinderzeichen am Bande. Ich hatte ja keine Ahnung, dass mir hier ein waschechter Pfadfinder gegenübersteht. Ist doch nicht meins. Ich war nämlich auch mal bei den Pfadfindern, weißt du? Ha! Da leckt mich doch einer an meinen... An meinen... An meinen Sachen bedienen. Die liegen gleich da hinten in der Kiste, weißt du? Denn unter Pfadfindern gibt es keine Sachen wie Besitz und... Und... Ja, puh, jetzt pennen wir wieder. Ähm, ja, dann nehmen wir uns halt mal die Moskete. Ähm, das kann man auch mal aufmachen. Oh, ein Messer. Das ist so der Rest da, das juckt ja keinen. Pokal oder so. Die Turmuhr klang heute dumpfer als sonst. War es wirklich schon so spät? Das ist jetzt eine Stunde vergangen. Die hat uns aber gescheit zugelagert. Aber das sind die Knallforschen. Geschafft! Jetzt fehlte nur noch ein Beweis, um Ednas Spuren gänzlich zu verwischen. Okay, dann gehen wir mal runter. Ähm, in die Kantine. Und dann geben wir dir mal das Messer, weil Messer sollten nicht in die Hände von Kindern gehören. Was hast du da? Ist das etwa mein Messer? Aha. Das kann doch nicht wahr sein, dass so ein kleines Balk wie du mit einem Messer durch die Gegend läuft. Ich sag's ja. Die Jugend von heute ist verdorben wie das Einweck-Gulasch für nächste Woche. Weißt du denn nicht, was so ein Messer für einen Schaden anrichten kann? Äh, äh. Soll ich es dir zeigen? Äh, äh. Na siehst du. Also gib schon her, bevor du irgendwen damit verletzt. So was. Ein kleines Mädchen mit einem Messer. Unverantwortlich. Hier, nimm stattdessen diese Motorsäge hier. Jetzt, da ich wieder ein Messer habe, brauche ich die nicht mehr. Okay, danke. Motorsägen sind cool. Und die können wir doch bestimmt mit dem Alkohol betreiben. Lilly hatte einen Geistesblitz. Der hochprozentige Alkohol war ein famoser Treibstoffersatz für die benzingetriebene Kettensäge. Die Oberin würde sicher stolz auf sie sein. Ich finde auch so eine Kettensäge oder Messer. Ich würde auch sagen, die Kettensäge ist ungefährlicher. Jetzt füllen wir uns das erste Mal ein Stückchen Holz. Oh, die schaukelt da gerade. Ja, vielleicht bricht auch der Baum nicht zusammen. Also ich meine, der ist nur ein bisschen durch Termiten zerfressen. Aber der Honig ist weg. Hat wohl geregnet. Geschafft. Lilly hatte Edners Aufträge ausgeführt und alle Beweise verschwinden lassen. Sie konnte es kaum abwarten, ihrer besten Freundin davon zu berechten. Lilly, Gott sei Dank. Ich habe ein neues, viel größeres Problem. Ich kann mein Tagebuch nirgendwo finden. Und da steht doch alles über meine Fluchtpläne drin. Ich habe sogar eine Karte angefertigt, auf der ich mein Versteck markiert habe. Also vergiss die Sache mit den Beweisen. Aha. Nein, nein, vergiss sie einfach. Die waren eh nicht weiter wichtig. Das Tagebuch hat jetzt höchste Priorität. Bitte, hilf mir suchen. Wenn die Oberin es in die Finger bekommt, bin ich geliefert. Es muss irgendwo in der Nähe sein. Lilly wusste natürlich sofort, was zu tun war. Sie wusste sofort, was zu tun war. Oh Mann. Na, war das jetzt so schwer? Da lag es doch schon, das Tagebuch. Oder hing viel mehr. Die verräterischen Aufzeichnungen baumelten an der Kralle einer dumm daherglopsenden Taube. Ja gut, dann nehmen wir uns das halt einfach. Die wird ja nicht wegfliegen. In dem Augenblick, als Lilly das Tagebuch schnappen wollte, erhob sich die Taube in die Lüfte. Ist die Taube nicht viel zu schwer? Und flog mitsamt Tagebuch zum Klosterdach, wo sie im Gebälk über dem Büro der Oberin verschwand. Da half auch kein dümmliches Gucken. Ein weiteres Mal führte Lillis Weg nun in die Höhle des Löwen. Gut. Ich hab das Gefühl, wir müssen zur Oberin und das kommen wir erst wieder. Wenn wir jetzt das Futter für die Katze haben. Die Muskete ist bestimmt nicht geladen. Hurra! Die Murmeln waren die perfekte Munition für die Muskete. Ja, und jetzt schießen wir halt einfach auf die Spatzen. Wie der schaut. Lilly hatte zwar die Spatzen verfehlt, nicht aber ihre Wirkung auf Chance. Jetzt ist er nicht mehr so kopf. Er schien tatsächlich ein wenig beeindruckt zu sein. Okay, dann war's das an dieser Stelle mit der Folge. Und wir sehen uns das nächste Mal dann wieder dabei. Hau bis nach Augen, bis dahin, tschüss.